Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Walking Simulator. Ich habe kein Kostüm an, denn es geht ums... Game. Ja, ich weiß jetzt auch so gar nicht, was ich noch so sagen soll. Also, ich weiß auch null über das Game, aber ich dachte mir, Walking Simulator, da sind wir gut aufgehoben. Es ist wohl so, Dritter Weltkrieg war und Coronavirus ist ausgebrochen, deswegen gibt es kein Leben mehr auf der Welt. Steht jedenfalls auf Steam. Und man ist irgendwie so einer der Letzten und muss Sachen von A nach B bringen. Irgendwie so, aber vielleicht, meine Damen und Herren, erfahren wir gleich noch mehr. Hört ihr das? Genau. Nichts. One small step for men. Go to the hangar to pick up the fuel shipment. Likes ein. Okay, wir sind in der Arktika und gehen jetzt in den Hangar. Neun Likes. Was sollen die Likes? Was ist das? 2 Jetpack. Kostet 100 Likes. Loll. Was? Und irgendwie kann ich die Sachen aufnehmen? Hehehe, ich kann das voll stapeln. Okay. Yo, wer bist du? Wo kommt der her? Geht der jetzt auf mich los? Loll, der folgt mir. Ich mache nur meinen Job. Verpiss dich bitte. Oh mein Gott. Okay. Gut, also 1220 Meter. Hehehe. Gut, mach ich. Ja, Freunde. Da habe ich wieder was rausgesucht, nicht wahr? Haha. Hehehe. Ist das denn? Scheiß ernst? Ja, Alter, was soll das? Ist das der Sinn des Spiels? Hehehe. Was sollen die Likes? Also wir können uns für Likes was kaufen. Okay. Hä? Hey, steh auf! Alter, wer sind die? Sonntagabend, 21 Uhr. Hendo sitzt ganz allein in einem Gebäude. Nehmt auf für YouTube. Walking Simulator. So, wie viel noch? Weiß auf weiß. 400 Meter. Alter. Okay, wir sind da, Leute. Moin! Der hat einen Wischmock. Hehehe. So, noch einer. Zu dem. Hey, der guckt seine Hand an? Hehehe. Was macht der? Why are we still here? Just to suffer. Intel run. Grab the Intel box from the rack. Und hier ist ein... Hier ist ein Jetski. Den hätte ich... Schneemobil. 100 Likes. Also, diese Koffer, die verstehe ich nicht. Pick up. Eh. Hä? Hä, das hat mir jetzt zwei Likes gebracht. Lol. Okay. Kleine Kofferchen, die umsonst sind. Also, nicht die fetten. Die kann man auf so eine Ladefläche bringen. Und dann kriegt man Likes. Was ist das hier? Achso, das soll ich nehmen. Gut. So. 2000? Ich brauche sechs Likes. Bitte. Warte, ich probiere das hier noch. Energy Drinks. Auf F. Okay, ich drücke mal F. Ich kann nicht steuern. Okay, ich gehe nochmal kurz zurück. Denn hier liegen Koffer. Die sammle ich jetzt auf. Gib die ab. Hab 100 Likes. Und ne, ne, ne. Nimm das Snowmobil. Ne, ne, ne. Ich brauche nicht. So. Zack, zack. Alter, wie er das stapelt. Jetzt. Now we are talking, Ala. Let's go. Ooh. Whoa. Alter. Oh, shit. Ich bin gespannt, was das Spiel uns als nächstes bietet. Okay, so, gehen wir rein. Hier, rückseitig. Was ist dieses Spiel? Oh, scheiße. Was ist los? Step by step, ne? Alter. Easy. Boah. Okay, wir sind gleich da. What is life? Nein, nein. Das ist jetzt ein bisschen risky. Scheiße. Nein, 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 nein. Wie komme ich da hoch? Alter, was ist das? Ey. Okay, ich versuche mal links lang. Ich glaube, hier kommt man nicht weiter. Oh, lol. Nee, da komme ich nicht hoch, Alter. Ich muss da lang. Ich komme hier nicht hoch, Alter. Was ist dieses Spiel, Alter? Ja. Ja. Alter, man muss sich einfach mit dem Rücken dahin drehen. Und dann direkt wieder los. Weil dann hat es dich aufgeladen. Yo. Easy. Aufsammeln. Hier wird alles mitgenommen. Gib likes. So. Ich bin da. You did it. You can stop playing now. Go to the secure facility. So. Dann fahren wir da mal rüber. Ja, ich habe schon ganz vergessen, wie spannend das Spiel doch eigentlich ist. Aber es ist alles weiß. Weiß. Alles hier. Ja. Hälfte geschafft. Wer spielt sowas? Ja, also. Ganz genau. Wer spielt sowas? Wie viele sinnlose Plätze es hier gibt, die mal irgendeinen coolen Namen haben. Secure Facility. Command Center. So. Ist da. Hier steht einfach ein Typ. Der kontrollieren wir hier rein und raus. Mitten in der Einhöhle. Wie auch innen sind der Sound weg, ist er. Go to the garage and get in the truck. Schöner LKW. Drive the truck to the refueling station. 4.000. 4.000. 4.000. Alter, why? Why? Der boost. Der boost. Ich drück shift. Der boost. Ich drück shift. Yeah. Alter. Alter. Yo. Der ist jetzt ein bisschen fix. Ich drück shift. Äh, hä, hä. What, Alter? Wow. Hände vom Lenkrad. So, sind wir jetzt gleich da. Wir haben zwar unsere komplette Ladung verhauen, aber ganz ehrlich. Oh, Bremse, 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 Bremse. Why are we still here? Just no suffer. So. Back to where it all began. Go back to the hunger. Okay. So, wir haben 315 Likes. Ich hab keine Ahnung, was uns das bringt. Ich hab keine Ahnung, wer die Typen hier mit den Lasersperren sind. Der LKW hat Boost und fliegt in der Luftwumpf wie so, weiß ich nicht. Duckwing Duckmobil oder so. Nein, nein. What? Ich bin unter Boden. Scheiße. Nein. 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 Noin, Uro. Dann los geht's. Jetzt haben wir es wieder. Back to where it all began. Go back to the hangar. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich weiß nicht, warum ich noch hier bin. Aber ich bin neugierig, was noch kommt. Weil das kann nicht alles sein. So, da ist der Hangar. Je heißer bei Regen und Wind. Jetzt sind wir wieder am Anfang. That was the last mission. Thank you for playing. One small step for men. Go to the hangar. Pick up the fuel shipment. Jetzt geht's einfach wieder von vorne los, oder was? What? Kann ich jetzt Akt 2 spielen? Gibt's anscheinend noch nicht. TBA? To be announced. Wird angekündigt. Wird nur bekannt gegeben. Also wollt ihr mir jetzt sagen. Also wollt ihr mir jetzt sagen. Das war's. Und ich hab die ganze Scheiße nochmal gespielt. Für den letzten Abschnitt, wo ich einfach nur zurückkomme und das Spiel sagt, was? Alter! Leaderboard? Wird man jetzt im Spiel nur verarscht an? Was? Was? Wird das? Was? Wird das? Was wird das? Hä? Das ist das Game. Also in diesem Game bringt man nur Sachen von A nach B. Ich seh das Ding bei Steam kostenlos. Geil. Seh die Bilder, denk mir so. Krass. Das sieht interessant aus. Sehr positiv. Masterpiece. I do not know why, but this game made me cry. Gonna tell my kids, this was sudden a death stranding. Alter, das ist einfach. Das ist. So. Jedes Mal, wenn ich einen Simulator spiele, frage ich mich, was ich eigentlich mit meinem Leben mache. Und hier spiele ich es auch noch quasi zweimal durch. Weil ich durch den Boden gebackt bin. Am letzten Abschnitt. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mich. So bin ich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ben Перв. SSD23bank. Vielen Dank.